Hey Leute wir haben wieder Sami Zayn gegen. Diesmal habe ich nicht Jay Uso genommen, sondern Jimmy Uso und damit Maske Leute. Es geht natürlich weiter mit Road to WrestleMania. Beziehungsweise es ist schon soweit, wenn ihr das Video seht, ist schon die erste Nacht von WrestleMania. Ich habe die Kommentare hier auf jeden Fall durchgelesen, dass online besser ist, zu spielen interessanter ist. Finde ich auf jeden Fall nice. Das war so klar. Mir gefällt es natürlich auch online zu spielen, denn es ist auch interessanter und spieliger. Ist auch eine kürzere Herausforderung. Aber ich glaube die sind jetzt nicht so eine Herausforderung. Zack, schade. Manchmal kommt halt kein Dreier, kann man nichts machen. Kreismove. Und zack. Shit. Oh na, ich liebe dich. Überfall. 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 Und zack, der Monster. shangler. soat macht das sie indirekt. ίνend jawohl nein nein mann du kriegst ihn immer noch und ich habe gesagt er kommt die zu mir leute die lobby habe ich gemacht ich habe sie auch schon gesehen jawohl ich hoffe ich habe wieder kein ausdruck dinger kämpfe geben so wo mich auch nicht interessiert im wrestlemania aber ich bin gespannt was passiert auch wenn es mich jetzt nicht so interessiert aber mal schauen wer ist wenn man die gesehen damit bin ich lausende double Jimmy Uso commanding respect from all the WWE Universe hey guys hopped up, Jimmy Uso with a Samoan drop, shoulders down kicks out, good lord, scarily close to 3 shoulders down cover, well using the ropes for leverage if you're gonna do it, don't get caught a continuous rush on Sami Zayn here we've seen some rare flaws in Sami Zayn's game plan still set, look at him go Sami on the verge of victory here well there's the eccentric yes, he didn't come here to watch him boast and taunt and some effective offense with that one he turns it around Jimmy Dodge is out of that haha, we have to get him so, and this must this must reach, I believe for resistance let's go yeah, as I said what a kick out direkt nochmal jawoll spoiler also Leute, mein Gegner hat Gunther genommen natürlich, ich konnte mich jetzt entscheiden zwischen Sheamus oder Drew McIntyre denn das ist ja ein Dribble Tread Match in WrestleMania ja ich hab Drew McIntyre genommen mal was anderes find ich geil aber Leute, es ist wirklich schwer eine Eins gegen Eins glaube ich, zu spielen wirklich die Leute spielen für den Tread oder äh, die meisten spielen 2 gegen 2 ok ok ok, der meint es wirklich für uns der Ring General gerade können wir jetzt auch anfangen oder wie sieht es aus zack krasser Dude auf jeden Fall ja, man ich schmeiß natürlich raus ja, man ich schmeiß natürlich raus ist ready, jetzt können wir anfangen steh auf steh auf nicht den Griff nicht, nicht, nicht steh auf ich lasse sogar manchmal laufen Leute so nett bin ich stabiler Move von Gunther auf jeden Fall ich glaub diese Match wird auf jeden Fall easy nicht ohne nein diese Chops kannst du jemand anderen geben oh übler Move pfff pfff oh nice keine Chance der hat nur Chance gegen mich ich merke das ja jetzt kommt Dinger Kopf wie hieß es nochmal ja genau Blasco Kiss Dominating aber ich weiß was sie alle wollen nein nein boah sein Glückspilz return to the ring der hat mein Fittscher gekauft der hat es richtig gut gemacht der hat es richtig gut gemacht kriegt sein comeback grad ey alter richtig stabil gemacht der hat es richtig gut gemacht ehrlich ja ich hab damit echt gar nicht gerechnet ich hab damit echt gar nicht gerechnet naja alter ja du bist jetzt wieder bünen und du bist jetzt gleich wieder gleich du okays ich will aber nicht den hier machen ich will den hier machen ich glaube es ist Zeit für den counten wun McIntyre Claymore country Claymore country oh man look at that gash auf Gunther's face cover nein er hat die counten Gunther ist down aber nicht raus so competitive drive refusing das ist Dejabor hat Mufti da ist ein Finisher da ist ein Finisher ja er kriegt halt zurück ganz einfach das war es glaube ich oder Widerstand weg was schon wieder so einer Finisher nein wollte der gerade Dinger machen der will nicht Dinger in Submission bringen was willst du jetzt machen let's go 3 2 1 Claymore ey Finisher der macht direkt sein Finisher der macht der macht der mach das ist das ist jetzt hat er vielleicht eine wenn er seine Signature da ist eine das ist eine oder das ist eine das ist eine ich kann los die die das ist eine das ist eine Ah shit, ich glaube der hat den Dreh raus, ich muss ihn anders angehen, er will seinen Finisher machen. Ah nein, er will seinen Signature machen. Jetzt will er seinen Finisher machen. We're seeing pure aggression from McIntyre. This is what it feels like to run into a competitor like McIntyre. When you're in an atmosphere like this, when you can't hear yourself think because the crowd is so loud, you find a way to do superhuman things. That's what these combatants are doing here. Oh my god! Why are you doing it? It's just unbelievable and Guthrers tank has got to be running low guys. I don't know what his game plan is now. I saw that one coming took advantage. Oh shit. I can't change it. I can't change it. I can't change it. He's doing the Submission, then what does he do? Yes. I can't change it. I can't change it. nicht. Let's go. Widerstand weg. Und jetzt nochmal versuchen. Jawohl. Jawohl. Der sagt gerade irgendwas, aber leider höre ich ihn nicht. Spoiler. Was ist das? Spoiler für WrestleMania. Leute, hier haben wir John Cena gegen Austin Theory. Ihr wisst, die machen Knight Wand. Ich glaube, das erste Match ist es. So viel ich weiß. Ähm. Wird Austin Theory sein Titel gegen John Cena verteidigen können? Das ist ja meine gute Frage. Da geht's. Viele denken zwar ja, aber ich glaube, dass Cena gewinnen wird. Also denke ich. Ich weiß aber nicht. Ich weiß nicht. Oh, wie war's. Dann direkt dein Blau ist Teil aufwitz. Oh, nee. Oh, beim März funktioniert sogar. ich glaube der ist gut aber das muss ich nicht machen oh ich hab das kreikverkrieg geil der weist auch nichts aus geil danke dir auf jeden Fall danke dir auf jeden Fall ein A town down ich habe das Stumpf weg oh Gott Und für einen Silverspoon-Kid-like Theorie muss man denken, dass er zweitens mehr frustriert wird Wow, in eine Powerbomb! Keine Mühe, keine Mühe, keine Mühe! Einer, sicherlich, dass dieser Weg nicht weitergeht. Alles klar Jetzt geht's! Ja, danke dir wieder! Oh Leute, das ist richtig schlecht, ey. Sorry, dass ich euch so was gerade anbiet, aber ich kann nichts dafür, manche Spieler sind halt echt schlecht. Weil ich kann so vier tun, die ganze Zeit, mein Kombo steht aufs Viereck. Schaut mal! Traurig! Na, wer hinten ist? Ey, down! Down! Und jetzt macht kein Rope-Break! Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten jetzt drei verschiedene Matches. Hat mir gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Spoiler für WrestleMania! Auf jeden Fall wünsche ich euch auch viel Spaß. Night One, WrestleMania. Ade! 2 3 3 4 4